Uwe Gensheimer und Patrick Grötzki sowie auch Hendrik Pegeler, würde ich behaupten. Das sind Uwe und Jonny. Okay, das sind Patrick Grötzki auf der linken Seite und auf der rechten Seite bin ich. Wir haben relativ viele, die immer einen Spruch auf den Lippen haben, also würde ich Tobi auf jeden Fall dazuzählen, aber auch Andi. Ja, aber es ist, von jedem kommt immer irgendwas, das ist eigentlich ganz witzig, dass es nicht so leicht auszurechnen ist. Heine hat immer ein paar gute Geschichten zu erzählen und ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Ja, Andi Wolf wäre es sehr gerne, aber ich würde behaupten Tobi. Ja, ich bin immer relativ weit hinten, ansonsten ganz hinten vielleicht Steffen. Ja, ich würde mal sagen, es kommt auf die Übung drauf an, aber ich, ja, Philipp Weber. Ich glaube, bei unserer Geschwindigkeitsleiter hatte der Steffen Veth immer Probleme mit der Schrittabfolge. Ich, Andreas Wolf. Oh, ein paar Besserwisser haben wir viele, aber ganz weit vorne ist da natürlich Andi Wolf. Also einige Petters all verdient an, weil es nicht so gut, die hatten viele, fast bis ich wichtig aus der classe. Das kam es nur noch nicht und ich hatte da, wie ich bin und fast das ist.